Auf das Leben, auf die Liebe, auf die Freundschaft! Sieben Fässer Wein können unsichtiert werden sein. Mein Tag noch gelangt, er steht gerne auf meinem Bein. Liebe, ich spüre, mein Verlangen, Liebe zu spüren. Manchmal möchte ich so gern mit dir, doch ich weiß, wir würden viel zu vieles geben. Joana, mit dir halt die Wege zu gehen. Die Grundidee hatte ich mit meinem Freund Lutz Fahrenkrog Pedersen. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, was hältst du denn von der Idee Santa Maria als Musical? Er sagt, das ist super. Ja, mehr geht nicht. Santa Maria sind Freunde, die seit Jahrzehnten zusammenstecken, immer wieder dann einen Sommerurlaub machen und irgendwie vor 20 Jahren auf Santa Maria waren und sich da verliebt haben und Freundschaften geschlossen haben. Einer dieser Freundinnen ist die Charlotte. Sie verspürt einfach in der Ehe, funktioniert alles nichts mehr. Und versucht, durch eine organisierte Reise mit den anderen Freunden, diese alten Zeiten wieder aufzuerwecken. Na, was haben wir denn da für ein süßes Würstchen? Im Grunde geht es natürlich um Geschichten, die das Leben schreiben kann. Also ein paar, das nach 20 Jahren Ehe eigentlich am Scheideweg steht. Und die lernen sich dort wieder neu kennen, neu lieben oder verlieben. Wie zum Beispiel Ilja mit seiner Joanna, die er vor 20 Jahren dort getroffen hat. Und dazwischen werden halt aber noch von anderen Paaren Möglichkeiten gezeigt, wie Beziehung laufen kann, was Sehnsucht sein kann und wie man sich finden kann. Und andere, wie sie noch ganz mit jungen, wilden Herzen aneinander vorbeirasen. Und da kommt dann eben diese Partystimmung her. Sag, ich liebe dich, jeder soll er schon mal! Ich liebe dich! Sie besser weinen können, es manchmal wie Rettung sein. Wir spielen, 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 es ist ja von ganz allein. Jeder der einzelnen Protagonisten, die machen alle eine kleine, in diesen zweieinhalb Stunden, so eine kleine Reise, auch eine Charakterreise. Pepe gibt vor, ein Südländer zu sein, so ein Checker, der auf der Hotelanlage, also mit seiner Frau lebt und muss quasi jeden Job machen, weil sie Geld sparen müssen, weil er für die Hochzeit spart. Und tut, als würde er alles können. Pepe ist einfach eine Kanone. Den habe ich noch nie einen Tag schlecht drauf erlebt. Singelieder von Rolando Kaisarossan! Oh, manchmal möchte ich schon mit dir diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich so gern mit dir an den Hand ganz nah an einem Abgrund stehen. Die Charlotte ist so die verletzte Ehefrau eigentlich. Ja, der Mann hat keine Zeit für sie, arbeitet halt sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist immer so ein Missverständnis. Man sitzt hier jetzt nicht die ganze Zeit da und denkt so, ah, wie kann ich jetzt Geld verdienen oder so? Sondern das ist so, man möchte was schaffen, man möchte irgendwas und dann ist dieses Projekt, das möchte man verwirklichen. Und das ist nach 20 Jahren Ehe, das läuft halt eher ein bisschen parallel. Und die Charlotte hat eine große Sehnsucht. Sie versucht die Ehe immer wieder zu retten, eben so Spielchen. Sie macht sich schön am Abend, damit sie den Mann wieder mal verführen kann. Aber das klappt halt nicht so gut. Und sie sagt halt öfter mal, ja, werde bitte wieder zu dem Mann, den ich geheiratet habe, weil die Beziehung eben schon wirklich in der Schieflage ist. Die Rolle der Evelyn ist in allererster Linie erstmal eine richtige Berlinerin. Eine sehr warmherzige Frau, die hat im Stück eine Bar und hat sozusagen immer ein bisschen ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte und ist für ihre Freunde da. Andreas ist privat sehr mitgenommen, weil ihm seine Ex-Frau tierisch Probleme macht und ihn unter Druck setzt mit dem Kind, dass er da nicht sehen darf. Und er ist so eine ehrliche Haut und er ist ein ganz kerzengerader Charakter, der ganz spontan im Moment reagiert. Und das macht ihn, glaube ich, so tragisch, aber auch sehr, sehr sympathisch. Ich habe die Lieder ja danach ausgesucht, ob sie die Handlung transportieren. Da ist ja kein Lied, das nur so im Raum steht. Es erzählt jedes Lied die Geschichte weiter. Und das war mir wertvoll. Wo ich mich das erste Mal mit Roland Kaiser beschäftigt habe, natürlich zwei, drei Lieder kannte ich. Aber dass es so viele Lieder sind, die man wirklich kennt und mitsingen kann und die einen irgendwie seit 20, 30 Jahren begleiten zum Unterbewusstsein, das war schon erstaunlich. Es ist so, dass diese Lieder von Roland Kaiser, wenn man sie normalerweise in eine Show hört, Roland Kaiser singt alles durch, Anke, das war's, auf Wiedersehen. Aber wenn man diese Lieder dann einbettet in eine Situation, dann merkt man, wie viel Potenzial noch da versteckt ist. Da geht eben einem das Herzen auf. Ich kannte Roland Kaiser Songs nur sehr wenige, also Joanna natürlich, Santa Maria, so diese großen Hits, sage ich jetzt mal, aber das soll die anderen nicht schmälern. Die Tatsache, dass das der letzte große lebende Deutsche Interpret ist, das ist kein Schlagersänger, der ist viel mehr. Während Franzose würden sie sagen, das ist ein Chansonguier. Ich glaube, dass er ein Chansonguier ist. Flieg mit mir zu den Sternen, tausend Träume von hier. Das ist sehr kitschig, aber das ist wunderschön, finde ich. Flieg mit mir zu den Sternen, tausend Träume von hier. Natürlich macht mir meistens Spaß Joanna, weil das ist natürlich seine Hymne. Oh Joanna, dein Leckchen war vor Ort und Flehen, mit dir all die Wege zu gehen. Joanna, wir einander allein nicht finden. Die Gefühle sind frei, die mich doch immer sehr rührt, weil es in dem Moment, wer das A Cappella ohne die Band singt, eine ganz eigene, neue Bedeutung kriegt. Die Gefühle sind frei, mit den Wolken zu ziehen, über Grenzen hinweg, bis ans Ende. Eigentlich ist mein Lieblingssong, der im zweiten Akt, der ruhige. Das finde ich persönlich den emotionalsten Moment des Abends. Und das ist geil. Das sind total, also eins wie das andere, so schöne Lieder. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, welches ich lieber singe. Haut an Haut verbrennen, auf das Feuer zu zu rennen. Und in deinen Armen den Weg zurück verlieren. Aber wir verstehen uns total gut. Das ist ja, so eine Uraufführung zu machen, bringt so eine Crew immer sehr eng zusammen. Es ist dann meistens so eine schöne, kreative Arbeit, die so ineinander fließt. Natürlich auch die Kollegen, die alle ganz wunderbare Sänger und Schauspieler sind. Das macht schon sehr viel Spaß, ja. Das ist wirklich eine tolle Stimmung. Es ist eine tolle Truppe. Es ist ja immer die Frage, die man sich dann stellt. Könnte ich mir vorstellen, mit der Truppe auf Tour zu gehen? Ja, mit denen ja. Die Problematik an dem Bühnenbild war, dass wir erst im kalten Deutschland noch sind. Ja, es ist Winter, ja. Und das ist alles sehr, sehr kühl gehalten, sehr viel in Blautönen, ja. Bis wir dann eben auf Santa Maria sind. Und da wollen wir natürlich ein bisschen Urlaubstimmung reinbringen. Und dementsprechend haben wir da auch farblich ganz, ganz warme Töne eben drin. Und die Herausforderung, die waren die, dass es tourtauglich sein muss. Also es passt in einen LKW, in einen Trailer, komplett mit Kostümen, allem drum und dran. Es ist wirklich dieser Urlaubsflair. Ich finde schon, dass es auf jeden Fall Spaß hat. Ich mag meine Bar sehr. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so zum Teil den Halt verliert. Es hat eine komplett andere Dynamik, wenn eine Live-Band mitspielt. Man sieht sie sehr wohl. Die ist halt oben auch dann oben auf der Empore, also auf der Bühne. Insofern, man spürt sie auch. Ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Du hörst, wenn sich der Gitarrist vielleicht einmal kurz vertickt oder anders macht es. Und ich mache es ja auch anders. Und dann ist es echt. Und da haben wir Spaß. Und das ist ja das, was dann diese, das zündet dann sofort beim Publikum. Wenn du weißt, wo du hingehörst, dann pass auf, dass du nichts zerstörst. Mit Live-Band natürlich umso besser. Es kommt nichts aus der Dose. Es wird, das ist sehr wichtig. Die Leute singen hier den ganzen Abend durch. Ich hoffe, das Publikum wird auch mitmachen. Schachmann, sie spielte sehr, sehr cool. Schachmann, was will ich so gut tun? Für Santa Maria, es hat einen unglaublichen Spaßfaktor. Es hat auch wirklich tiefgehende Emotionen und Wahrheiten dabei. Es ist anders. Es ist cooler. Es ist stilvoller. Es sind mehr verschiedene Stile, die getroffen werden hier. Sommer, Süden, Liebe. Ein bisschen Drama natürlich. Das war doch alles nur ein Spiel. Spiel? Manchmal möchte ich schon. Was soll denn das für ein Spiel sein? Auf jeden Fall auch eine Menge zu lachen. Vielleicht hat man sogar ein bisschen das Gefühl, im Urlaub zu sein, weil das ja auf einer fiktiven Insel Santa Maria spielt. Im Grunde werden alle Sinne befriedigt. Und wenn jeder Zuschauer, der Roland Kaiser mag und deshalb auch kommt, wird auf keinen Fall enttäuscht, sondern eher noch begeisterter sein. Nein. Santa Maria, willkommen. Schachmann!